Wir sind gerade in der Dresdner Heide, auf einer Freifläche in der Nähe von der Sandgrube. Und wir haben hier vor zwei Jahren im Sommer 2020 ein Projekt gestartet, in dessen Mittelpunkt die Ameisenjungfer steht, die Dünenameisenjungfer, um genau zu sein. Und um noch genauer zu sein, die Larve der Dünenameisenjungfer, der Ameisenlöwe. Und dann haben wir den gesamten Sommer dafür genutzt, herauszufinden, wie viele hier sind und haben zufällig die größte weltweit bekannte Population gefunden. Wir studieren beide molekulare Biologie und Biotechnologie und im vierten Semester hatten wir das Insektenmodul und da wurden wir über Exkursionen quasi an die Thematik herangeführt und uns wurde die Dünenameisenjungfer gezeigt und gesagt, dass noch nicht so viel darüber bekannt ist, vor allem nicht, wie groß die Population hier ist, weil ein Jahr vorher erst herauskam, dass sie hier sich angesiedelt hat. Die geschätzte Populationsgröße, die wir jetzt ermittelt haben in dem Bereich, sind um die 5000 Tiere. Diese Größenordnung haben wir in keinem anderen Paper gefunden. Wir haben uns die Dünenameisenjungfer Myrmeleonbora angeguckt und die gehört zu der Gattung der Netzflügler, gehört zu der Familie der Myrmeleonotide, also zu den Ameisenjungfern. Und hier in Deutschland kennen wir vier und hier auf dieser Freifläche befinden sich drei Arten. Und zwar neben Myrmeleonbora noch Eureleonnostras und Myrmeleonformicarius. Die befinden sich aber alle in ihren Gebieten, also zum Beispiel Formicarius ist immer unter den ganzen Kiefern zu finden, in kleinen Kolonien. Eureleonnostras ist auch eher in dem abgedeckten Gebiet und Myrmeleonbora befindet sich in den gesamten Freiflächen. Was interessant ist an den Ameisenjungfern, sind vor allem die Larven, also das, was wir genau untersucht haben. Das ist der Ameisenlöwe. Der unterscheidet sich komplett vom ausgewachsenen Tier. Die Ameisenjungfer am Ende sieht so ähnlich aus wie eine Libelle, hat eine netzartige Struktur an den Flügeln. Und der Ameisenlöwe, der sieht komplett anders aus. Der gräbt sich einen kleinen Trichter im Boden. Das kennen viele vielleicht schon. Da gibt es auch kleine Geschichten darüber. Und in diesen Trichter fallen dann die Beutetiere. Das sind zum Beispiel Ameisen. Die Trichter hat einen ganz bestimmten Winkel, der mit losem Geröll aufgestellt ist, wie zum Beispiel Sand. Und dort fällt die Ameise rein und kann nicht mehr rausklettern. Wenn sie versucht rausklettern, fällt sie immer tiefer rein. Und gleichzeitig wirft der Ameisenlöwe mit Sand nach oben, dass die Ameise nach unten fällt. Und so erherrscht halt der Ameisenlöwe sein Beutetier. Das ist das Besondere an den Tieren. Und das ist auch das Beste untersuchte an den Tieren, dieser Trichter, beziehungsweise dieser Trichterbau. Weil das es einem halt möglich macht, herauszufinden, wie viele Tiere sich in einem Gebiet befinden, weil man das leicht abzählen kann. Und wie weist man sowas nach? Also wir haben uns das gesamte Gebiet genommen und haben das eingeteilt in Zonen. Weil wir ja wissen, dass die Dünenameisenjungfer quasi nur auf offenen Freiflächen sich ansiedelt. Und haben da herausgefunden, wie groß die Fläche ist, haben es eingeteilt. Und haben da dann zwei Meter mal zwei Meter Quadrat rausgelegt und die Trichter innerhalb dieses Quadrats gezählt. Und haben das hochgerechnet auf die gesamte Fläche. Weil es natürlich dadurch, dass es auch ein seltenes Tier ist, keinen Sinn macht, alle möglichen Trichter, die wir hier finden, auszugraben und die Tiere wieder reinzubringen. Das muss dann hochgerechnet werden, das macht sonst keinen Sinn, dauert viel zu lange und ist auch für die Tiere, die in manchen Ländern vom Aussterben bedroht sind, nicht förderlich. Genau, man bekommt dann am Ende quasi eine Zahl raus von x Tieren pro x Quadratmetern. Und das kannst du dann wirklich einfach nur auf diese vier Hektar hochrechnen und dann hast du deine Populationsgröße. Wie ihr seht, ist das ganze Gebiet hier auch langsam zugewachsen und das nimmt den Dünenameisenjungfern natürlich den Lebensraum. Also dieses Gebiet hier zum Beispiel, die Hälfte von dieser Freifläche, sagen wir noch bis ungefähr 50 Meter rein, da ist die Dichte der Trichter ziemlich gering. Das liegt einfach daran, dass hier sehr oft Spaziergänger langlaufen, Fahrradfahrer, Leute mit ihren Hunden, beziehungsweise es wird hier auch oft gegrillt oder Feuer gemacht, wie es hier in der Feuerstelle zu sehen ist. Und da sieht man wirklich einen Unterschied zwischen dieser Region, die halt wirklich sehr belebt ist von Menschen und die Region so 50 Meter weiter hinten, wo quasi kein Mensch hinkommt. Und dort sind wirklich richtig viele Trichter. Also wir können davon ausgehen, dass das Tier überall sehr selten ist und geschützt werden sollte. Es gibt ein wirkliches Gebur Thereby. Vielen Dank.